Ich habe bewusst mal die Zeichnung von gestern drin gelassen hier beim S&P Future, nicht wundern, ES steht hier für den entsprechenden Kontrakt auf den S&P 500, also den Standardwerteindex. Und dann sehen wir schon, dass der Markt das im Blauen in etwa unsere Idee war, nämlich sprich, dass sich diese Bewegung nochmal einmal fortsetzt hier, also so eine 1, 2, 3, 4, 5 und anschließend nach unten kommt und wir hatten gestern ja gesagt, entweder wackelig oder die Alternative ist immer irgendwie was ABC-mäßiges, das wäre das Thema. Jetzt machen wir das mal alles weg, denn er ist, ja, richtungsmäßig hat das genau gestimmt, er hat auch leicht überschossen, aber eben auch nur leichter. Typischerweise sollte aber dieses Niveau eben überschritten werden und das, also quasi die Mindestanforderung, die hat er dann auch tatsächlich erfüllt, hier in der Aufwärtsbewegung. So, damit haben wir theoretisch unsere Fünffälligkeit. Ich male es nochmal nach, 1, 2, 3, 4, 5, ein bisschen überschossen, auch wenn man genau hingucken muss, aber ein bisschen ist es auch, ein bisschen schwanger gibt es nicht, er ist halt drüber gewesen. So, in dem Fall können wir dann jetzt so das anlegen und wir hätten die 38er-Marke als eine Orientierung, keine Garantie, dass der Markt da hinfallen soll, aber wenn es in diese Richtung ein ABC gibt, dann können wir hier in diesem Bereich genauer hingucken, ob vielleicht ein Abpraller kommt, beziehungsweise einige von uns wissen das, man auch natürlich dann als Trigger so ein Zwischenhoch hier benutzen kann. Das ist ebenfalls relativ realistisch, dass sowas passiert. Ob das allerdings jetzt so natürlich genau passiert, wie ich es jetzt eingezeichnet habe, das wird die Zukunft weisen, aber im Moment macht der Markt mal alles, was wir brauchen. Wir haben es gesagt, eine ABC wäre typisch. Wie sieht eine ABC unter einer Lupe aus? Vorne sehr impulsiv, dann in der Mitte eine wackelige Gegenbewegung und anschließend nochmal sowas ähnliches. Und wenn wir das Ganze jetzt mal übertragen, was wir hier haben, ja, ergibt sich ja alle Mühe. Wenn es jetzt wackelig heute Nachmittag nach oben geht, dann wäre eine impulsive Fortsetzung nach unten genau das, was wir im größeren Bild ja auch brauchen könnten, um das Bild dann tatsächlich zu bestätigen. Also bis jetzt gefällt mir das ganz gut, was der Markt hier kann. Ich würde jetzt, nein, würde ist das völlig falsche Wort, ich werde jetzt direkt am Chart mal schauen im Laufe des Nachmittags, ob wir sowas bekommen oder ob wir alternativ ABC bekommen. Schub also nach unten, wackelig nach oben und dann nochmal die Abwärtsseite handeln zu können auf der kleinen Ebene. Schaut mal selber, ob ihr das dann entsprechend findet und dann können wir vielleicht schauen, ob sich das hier in diesem Bereich dann auf eine Unterstützung in irgendeiner Form einlässt oder wenn nicht dort, dann vielleicht mit Bestätigung auf dem Zwischenhoch. Wir können noch mal ein bisschen tricksen. Was haben wir noch für Möglichkeiten, um vielleicht hier Levels rauszufinden? Eins ist noch, nämlich die Fibonacci Extensions. Da muss ich jetzt auch mal ausprobieren. Ich habe es noch gar nicht hier eingezeichnet. Oh, wenn wir jetzt mal die letzte Aufwärtsbewegung angucken, dann haben wir zumindest mal so ein bisschen ein Cluster hier auf dieser Höhe. Vorsichtig, das ist keine Garantie, auch nicht dieses Zwischentief hier. Aber es sind schon ein paar Marken hier. Das würde den Gedanken der Unterstützung durchaus Rechnung tragen und umgekehrt könnte man auch sagen, wenn der Kurs da aber durchfällt, obwohl da mehrere Marken sind, ist das durchaus ein starkes Zeichen für einen Abwärtsmarkt. Und dementsprechend wäre dann also vorläufig noch nicht damit zu rechnen, sondern vielleicht erst auf die nächsten Levels. Ich weiß, das ist für viele ziemlich Intraday-Gehumpel hier, viel auf kurzer Zeitebene, aber so kann man sich orientieren und ihr könnt dieses gleiche Verhalten natürlich auch auf eurem Lieblingsmarkt, falls ihr einen anderen habt, oder eben auch auf einer anderen Zeit eben entsprechend anwenden. Das ist also auf jeden Fall möglich. Gucken wir zumindest mal ganz kurz nochmal hier auf die Kollegen nach Amerika. Das grobe Bild ist hier genau das gleiche. Wir haben hier allerdings noch nicht genug gesehen eigentlich. Der ist nämlich noch leicht tiefer als der. Eigentlich hätte man so ein bisschen den Eindruck hier auf diese Geschichte. Also der Nasdaq ist da nicht ganz so klar aufgestellt, wie ich finde zumindest mal. Also da bin ich noch ein bisschen vorsichtiger, will ich gar nicht sagen, aber ein bisschen dezenter unterwegs. Zumal das zwar sehr schön fünfwellig aussieht, aber hier wäre die dritte Welle die kürzeste und das ist nicht arttypisch. Jetzt kann man sagen, oh Gott, was für eine Mimose, jetzt müssen die auch noch bestimmte Größenordnungen haben. Naja, müssen sie natürlich nicht zwingen, das geht auch anders, aber das wären zumindest mal die typischen Bilder und ich mag es immer gerne. Wenn es typisch ist, dann habe ich am meisten Spaß da zu sagen, dann gebe ich da auch gegebenenfalls Geld in den Markt, in diese Situation. Aber entscheidet das ihr natürlich für euch. Was für euch das Sinnvollste ist, ob ihr lieber auf den Dow Jones guckt und hier auf eine Art Rücksetzer wartet oder ob es auf einem anderen Markt ist. Aber sowas zumindest würde mich ermutigen für die Long-Seite. Anders wäre es, wenn der Markt dann doch jetzt mehr die Schärfe nach unten zeigt und höchstens wackelig nach oben geht. Aber das ist ja mehr oder weniger das Gleiche wie immer. So, soweit mal hier zu unseren aktuellen Kollegen. Gucken wir vielleicht noch mal einmal, weil so viele interessiert im Moment auf die Kryptos. Da haben wir nämlich aktuell ja ein, wie ich finde, ganz typisches Niveau erreicht. Viele sagen zwar ja, aber das kann man doch damit nicht analysieren. Naja, kann man schon. Die Frage ist, wie sinnvoll ist das Ganze? Es hat sich aber gezeigt, dass die Bitcoins zumindest, das gilt vielleicht nicht für alle Cryptocurrencies, aber dass zumindest die Bitcoins sich immer wieder an diese typischen Verhaltensmuster halten, hier in den größeren Ebenen mit Schub und Wackelig, hatten wir das ja schon mal gesagt, in den kleineren Ebenen, in den ganz großen Ebenen. Deshalb finde ich das auch gar nicht so außergewöhnlich, dass jetzt zumindest mal hier für zwei Tage, bis jetzt zumindest an dieser Stelle mal eine Pause gemacht wird. Wenn der Markt jetzt hier eben nicht dynamisch nach oben kommt und jetzt entscheidet ihr, das, was wir hier im Nahkampf haben, also hier im Großen haben, haben wir hier im Nahkampf, sieht so aus, entscheidet ihr, wie bullisch, wie dynamisch, wie top das aussieht oder ob das nicht vielleicht ja doch eher noch nur korrektiv ist. Das würde vielleicht sogar mehr noch dafür sprechen, da geht sogar noch mehr nach unten. Ich halte das für nicht außergewöhnlich. Aber das ist eine andere Geschichte, soll ein andermal erzählt werden. Für euch jetzt das mal als kleiner Hinweis noch mal achtet ruhig, auch auf euren Lieblingsmarkt, ob ihr diese Verhaltensmuster immer wieder findet. Man kann da eine Menge, wie ich finde, rauslesen. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße. Wer mehr davon haben will, der sollte sich unbedingt bei Born for Trading anmelden, um einfach noch mehr Informationen dieser Art auch mal zwischendurch zu bekommen, auch mal Intraday und natürlich der Trade des Tages. Heute die Pfizer-Aktie, wo ich denke, das ist durchaus ein Thema, das noch spannend werden kann. Und deshalb haben wir gesagt, was sehen wir da? Da gab es nämlich etwas, was ich durchaus sehr spannend finde und was sich regelmäßig auch gut auflösen lässt. Aber da will ich nicht mehr erzählen jetzt drüber. Schaut es euch selber an. Wir nennen da ja die konkreten Marken. Es ist kostenfrei. Ihr müsst euch nur anmelden, damit ihr dann informiert werdet. Es nützt ja nichts, wenn wir dann mal eine Nachricht da schicken, wenn ihr dann sagt, ja, ich sehe es dann erst Wochen oder Monate später. Da ist es dann vielleicht schon zu spät. Deshalb meldet euch an, dann kriegt ihr den Hinweis direkt zugespielt. In diesem Sinne euch alles Gute und ganz liebe Grüße.